Kann man in der Zeit zurückreisen? Und vor allem, kann man dann die Vergangenheit verändern? David Lewis illustriert diese Fragen mit dem Großvater-Paradoxon. Er hält Zeitreisen in die Vergangenheit für möglich, aber er glaubt nicht, dass man die Vergangenheit verändern kann. Warum? Nehmen wir an, Tims Großvater hat im Laufe seines Erwachsenenlebens mit Waffenhandel einige Millionen verdient und hat es Tim durch eine Erbschaft möglich gemacht, einen Bauplan für eine Zeitmaschine zu kaufen und diese zu bauen. Aufgrund von Großvaters Waffenhandel hasst Tim seinen Großvater, sodass er ihn am liebsten erschießen möchte. Das kann er nun nicht mehr, da Großvater bereits in Tims Kindesalter verstorben ist. Deshalb baut Tim die Zeitmaschine, um ins Jahr 1920 zu reisen und dort seinen Attentat auf Großvater zu planen und in die Tat umzusetzen. Tim sorgt für sein Vorhaben daher für die perfekten Bedingungen. Er übt lange auf, ein Ziel zu schießen, er kauft sich die beste Waffe, die er bekommen kann. Er beobachtet Großvaters Routine auf dem Weg zur Waffenfabrik und zurück. Tim mietet sich ein Zimmer, von dem aus er Großvater auf seinem Arbeitsweg mit Leichtigkeit erschießen kann. Er wartet ein ganzes Jahr, um sein Vorhaben vorzubereiten. Im Jahre 1921 versucht Tim, Großvater zu erschießen. Tim hat die Fähigkeit, Großvater zu erschießen, aber es klappt einfach nicht. Warum nicht? Unumgängliches Faktum ist, dass Großvater 1935 starb und nicht schon 1921. Tim ist zwar technisch in der Lage dazu, Großvater zu erschießen, weil er für die perfekten Bedingungen gesorgt hat und die Fähigkeit besitzt, die Waffe zu bedienen und ein guter Schütze ist. Tim wird Großvater aber nicht erschießen, weil es logisch unmöglich ist, ihn im Jahre 1921 zu töten. Tim, der ja bis zu seinem Tode im Jahr 1935 weitergelebt hat. Die logische Unmöglichkeit besteht darin, dass Großvater 1921 nicht gleichzeitig verstorben und nicht verstorben sein kann. Er kann nicht gleichzeitig erschossen werden und doch weiterleben, um zu einem späteren Zeitpunkt zu sterben. Also wird Tim ihn 1921 auch nicht erschießen können, aus welchen tatsächlichen Gründen auch immer. Und zwar wird es laut Lewis logisch erzwungen, dass es Gründe von Banalität sind. Es könnte ein Windzug gewesen sein, der die Kugel knapp an Großvater hat vorbeischießen lassen. Wir fassen zusammen. Lewis schließt sich den gängigen physikalischen Theorien an, dass Zeitreisen theoretisch möglich sind. Aber man könnte nichts in der Vergangenheit verändern, was nicht schon passiert ist. Es könnte also sein, dass Tim in die Vergangenheit gereist ist, versucht hat, Großvater zu erschießen und versagt hat. Da Großvater 1921 nicht gestorben ist, kann Tim auch nichts daran ändern. Es gibt keine zwei Versionen derselben Vergangenheit. Es könnte zwar an sich physikalisch und logisch möglich sein, in der Zeit zurückzureisen, was Lewis für dieses Gedankenexperiment annimmt, jedoch könnte man dort aufgrund von logischen Widersprüchen niemals etwas verändern, was nicht schon einmal passiert ist, da etwas nicht gleichzeitig passiert und nicht passiert sein kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.